Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge Computer Club beziehungsweise PC Building Simulator. Ich nenne es Computer Club, weil man hier definitiv mehr macht als PCs zusammenbauen. Also bisher haben wir noch keinen PC zusammengebaut, sondern nur Viren entfernt. Und Computer Club deswegen, weil ich habe auf YouTube Videos entdeckt vom Computer Club, den es mal vor zigtausend Jahren auf dem WDR, glaube ich, gab. Oder SW, ich glaube, WDR war es, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, WDR in Köln, ne? Ja. Den gab es, glaube ich, bis 2009 oder so. Den gab es aber auch schon seit 85 oder was? Oder in der 90er? Ich weiß es nicht. Irgendwie 90er, glaube ich. War schon geil, als man da den aktuellen Shit so vorgestellt hat, was es an Hardware und Software so gibt. So vor Windows 95. So Programme selber schreiben mit DOS. Holy shit. Wo es dann nicht in die Megabyte ging, sondern da hat man noch von Kilobit geredet. Internet. Hi, Internet. Da war es tatsächlich noch Neuland. Für manche heute noch. Wir haben Jobs zu erledigen. Ja, Grafiker. Die müssen wir noch kaufen, ne? Wie kauft man die? Es gibt übrigens auch AMD hier. Also zumindest in dem ersten Screen, den man so hat, wenn man das Spiel startet. In Association, glaube ich, Wiz und dann in die ganzen Marken. Und da sind noch viel mehr dabei, als nur Asus und Razer, die wir bisher hatten. Da waren AMD und jegliche andere dabei, die ich wieder vergessen habe. Kommen wahrscheinlich dann noch. So, Grafikkarten. Scheiße, ich habe vergessen, welches war. Irgendwas mit Gaming? Gamer? 69? Gaming? 4G? 2G? Ich weiß doch, das Budget gar nicht mehr. Ha! Komplett vergessen. Oh, sorry, das nicht. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich wäre auf meinem Desktop. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, das Spiel verwirrt mich. Da steht auch nicht das Budget. Ich kann ihn ja schon mal aufheben und hier hinschmeißen. Auch schön, dass die ganzen PCs dasselbe Gehäuse... Ne, die haben doch nicht dasselbe Gehäuse. Okay. Entfernen. Ja, boah, diese Schrauben immer. Also so realistisch hätte man es doch nie machen können. Ja, müssen. So, was haben wir denn da? Der Stecker sieht mir ein bisschen komisch. Kann ich nicht näher ran suchen. Das finde ich schade. Ach nee, dahinter hängt noch ein Stecker. Okay. Das Ding soll also defekt sein hier. Warum hat das Ding eigentlich keinen externen Stromstecker? Egal. Die ist, äh, die GPU erzeugt als... Ja, das interessiert mich nicht. Ich will die raus. Ach so. Ich bin gerade so blöd, um eine Grafikkarte zu entfernen. Merkt man das? Ich... Hä? Äh, das kenne ich gar nicht so. Da hast du noch eine Schutzblende vor? Ernsthaft? Also solche Gehäuse kenne ich nicht. Sorry. Na gut. Ähm... Wir sollen einbauen, eine Sean... Also beziehungsweise eine 79 Gamer. Oder besser. Leider steht das Budget hier nicht mehr. Das ist blöd. Da steht aber bestimmt... ...in meinen E-Mails drin. 265 habe ich als Budget. Huch. Ne, das wollte ich jetzt aber nicht. Ich muss schon hier rein, ne? Shop. Ja. Kann man die Fenster auch... Ach, die Fenster kann man auch verschieben. Geil. 79 Gamer oder besser. Das macht die Sache natürlich viel einfacher. 79 Gamer. Die gibt's... So was gibt's nicht mehr. 69. Guck mal, ich kann dir eine... Ich kann dir eine 1050er einbauen. Ach, da ist ein X. Ich hab das X nicht gesehen. Ich dachte, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Aber... Ach doch. Guck mal, 79 Gamer. Ey, was kostet die denn? Ich hab die Karte. Da steht im... Inventar hab ich eine. Ach, die ich ausgebaut hab anscheinend, ne? Oder besser. Ich kann ja nur die 1050er einbauen. Das ist doch viel geiler. Die kostet deutlich weniger. Ist doch besser, oder? 190. Warte mal, warum 190? 30 Euro! Nach Lieferung am nächsten Tag. Verfügbares Guthaben. 85. 90 Euro. Ja, ich will kaufen. Das ist morgen ein. Easy game. So, was hat man noch? Der braucht auch noch ne... Ne. Hier, der braucht auch noch wat. Äh... Was will er haben? Ne... AdStore 500. Kostet... Kostet... 50. Budget... 50. Na gut, da werden wir auch nichts besseres kriegen. 60. Ja, ist aber blöd. Da mach ich ja Minusgeschäfte mit. Na gut, müssen wir wohl. Verfügbares Guthaben. Minus 105. Jetzt kaufen. Ich kann in den Minusbereich reingehen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt Feierabend machen. Ah ne. Konto überzogen. Ja, ja. Ihr kriegt... Der Rahmen beträgt 1000 Dollar. Ach, da können wir richtig... Ach, da ist ja... Da können wir ja richtig... Äh... Dingens gehen. Okay. Das heißt... Für heute ist Feierabend. Oder kann ich den noch irgendwo absetzen? Ich hab kein... Kann ich hier... Level 8. Jo, ich hab Level 1. Alles klar. Läuft. Ich bin mal raus. Tschüss. Ich mach Feierabend. Ein Computer aufgeschraubt, eine Grafikkarte rausgebaut und zwei Bestellungen getätigt. Läuft. Zustellung von... Oh. Ups. Okay, das dauert... Aber der eine kann hier den einen... Der kann einen... Alhahaha. Einer kann seinen PC abholen. So, Tag Ben. Tschüss. Zustellung zur Arbeit. Die Deine Teile sind eingetroffen. Jawohl. Oh. Drei Stück. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Grafikkarte bestellt habe. Ich krieg drei Riesenkartons, die größer sind als ein PC. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Ernsthaft. Na gut. Reparatur. Ach, guck mal. Cool. Das ist schon geil gemacht. Mit kleinen Details. So. Installieren. Eine... Grafikkarte. Kaputt. Guck mal. Und jetzt kriegst du eine richtig geile... Eine 1050er. TI. Der Ding ist doch tausendmal geiler. Ich kann es nicht einbauen. Da ist noch irgendwas... Äh... Ah. Doppelslot. Guck mal. Läuft. So. Die Seitenwand nur noch dran kleistern. Äh. Nein. Installieren. Entschuldigung. PC-Teile. Seitenwand. Zusammen schrubbeln. Achso. Muss ich noch anmachen? Ernsthaft. Ich kann ja selber gucken, ob das funktioniert. Oder muss ich jetzt auch noch hier... Äh. Alles muss man selber machen. Irgendwie bleibt das Bild schwarz. Ähm. Das ist jetzt blöd. Ähm. Ah. Ah. Ich dachte schon, ich hätte am Netzteil nichts mehr. Huh. Okay. Strom. Es leuchtet. Oh, cool. Das ist MSI. Okay. Jawohl. Guck mal. So. Ich soll hier auch nichts machen, ne? Das heißt, ich kann direkt hier ausschalten. Und damit ist der PC Grafikkarte... Das habe ich doch gemacht. Oder besser. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Grafikkarte von minderer Qualität installiert. Ich kann nicht verarschen, oder was? so jetzt aber scheiße war ja das war ja mal das war ich mal fehl muss man so sagen es ist eine 1050 wirklich schlechter als in 79 nicht kann ich mir jetzt irgendwo nicht vorstellen na gut das habe ich das ist fertig das ist nicht fertig so nächster so da brauchen wir die festplatte die ist noch nicht da aber wir können schon mal wir können schon mal auseinander bauen das ist aber cool dass du immer wieder andere sachen hast nicht immer dieselben schrauben an derselben stelle die sehen auch anders aus von innen hier ist überhaupt nichts drin die haben gar keine laufwerke mehr was sind das für 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 möchte gern moderne leute ich habe noch ein laufwerk drin aber erst mal gucken ob da wirklich da ist nee ich habe ein laufwerk drin ich habe da auch eine ganze hier so eine ganze schacht einheit ich könnte vier laufwerke verbauen in der heutigen zeit sehr wichtig ich habe da noch ein uraltes laufwerk drin das kann jetzt haltet euch fest das ist richtig 2000er ne 2010er ich weiß nicht mehr wann waren die dinge modern hddvds lesen blu-ray hat sich ja durchgesetzt ne gab ja mal so den kampf zwischen hddvd und blu-ray ich weiß nicht aber vor zehn jahren oder so nachher so zehn jahre ist es nicht aber also fünf sechs sieben jahren war es und ja wer hat sich durchgesetzt schwere verantwort blu-ray genau wie mit 3d hat sich auch nicht durchgesetzt hat kein schwein mehr heute unterstützt auch keinen fernseher mehr und blu-rays brennen kann ich damit auch unglaublich hat sich überhaupt nicht gelohnt weil diese blu-ray rohrlinge so unglaublich teuer waren ich weiß nicht mehr wie teuer ich glaube das für einen rohrling sommer so fünf sechs sieben euro bezahlt hat sich auch nicht durchgesetzt aber ich habe das laufwerk noch und das rödelt da auch noch vor sich rum ja warum soll ich eigentlich das betriebssystem mal laden ich verstehe das nicht ja ich brauche jetzt ja doch ich kann doch ich kann die kabel schon mal anschließen für morgen achso ja 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 nein ach man diese steuerung so drin anschein brauchen wir noch nicht aber wir können meine email checken ach kassieren scheiße ich muss ja kassieren ja wir sind wieder ein plus ok neue teile verfügbar wir haben unser sortiment gerade um folgendes teil erweitert in zotec geforce gtx 1050 ti lc edition und mir geht das auch im keks immer diese auch cx gaming mega hype hyper how much is the fish edition weißt du hast von einem hersteller keine ahnung so fünf 1050 an dem fall es sind fünf unterschiedliche alle ti ti x ti o c ti o c gamer advanced edition war in meinem fall jetzt auch wobei da gab es glaube ich nur drei oder vier verschiedene edition von der asus rtx 2 80 ti da gab es die strix da gab es die strix oc dann gab es noch zwei andere einfach nimm einfach die günstigste standard ich glaube die anderen hatten also zwei drei megahertz mehr gefühlt und die läuft jetzt 300 megahertz ne 200 megahertz über standardtakt läuft da brauche ich keine 100 euro extra ausgeben abgesehen davon ist die eh schon schweine teuer ich kann nichts mehr machen hier ich muss auch das solcher arbeitstage hätte ich gerne mal ohne scheiß du musst einfach nur pc nehmen auseinander schrauben und dann musst du auf die lieferung warten so tag beenden tag überspringen oh sonntag haben wir nichts gemacht samstag und sonntag ist also wochenende das merke ich mir zur arbeit so wir stehen jetzt auf in diesen riesigen kartons kommt jetzt diese kleine festplatte 1 2 3 4 5 6 habe ich da oben auch noch rumliegen und 6 externen und 6 in äh ne 1 2 3 4 5 6 7 8 externe und 1 2 3 4 5 6 interne wo ist die festplatte ist die hier ach da unten sind ja ein schüler aha so wie kann ich das jetzt hier muss ich komme ich da jetzt nur von hinten dran oder untag ha untag gibt es wirklich also neben asus msi haben wir jetzt auch untag hierbei was ist das denn hier gehäuse teil das sind laufwerkschächte ach für ssds beziehungsweise 2 5er so haben die das hier boah das ist aber da hast du aber ne die konstruktion finde ich jetzt persönlich mal scheiße weil wenn du da mal ans netz also da hast du ja kaum platz da musst du ja rumfriemeln bis zum geht nicht mehr wenn du da noch was ne das ist kacke also entweder die hätten den laufwerkschacht hier komplett nach links setzen müssen oder aber hier rein weil hier ist platz ohne ende und nein das ist der luftstrom der wird nicht so arg verhindert weil du hast hier drei lüfter drin ach okay da sind noch nicht mehr lüfter drin also da wird überhaupt keinen luftstrom verhindert weil es keinen gibt naja okay egal für uns soll das egal sein weil wir kommen mit unseren mausfingerchen da überall dran so gut wenigstens haben wir schon sata festplatten und keine ide festplatten die uralten teile so installieren festplatten benutzt ach 120 so die bauen wir ein 120 ist aber auch schon ist wenig ist sehr wenig damit kannst du heute ach also wenn du pech hast betriebssystem plus ein spiel festplatte voll ich weiß gar nicht red dead redemption 2 soll so mega ne 150 gigabyte meine ich ne ich hab vor ein paar wochen die systemanforderung gelesen interessiere mich nicht weil ich das auf der xbox hab ich hab mir damals für red dead redemption 2 als das rauskam extra die xbox one x gekauft wegen 4k hdr und so ich dachte ja geil das kommt eh nie auf dem pc raus ich hab's angespielt ich hab ungefähr zwei stunden gespielt und dann das spiel nicht mehr angehört und jetzt kommt's doch auf dem pc raus ich werd's mir nicht auf dem pc holen ich hab's auf der xbox werd's irgendwann wenn ich mal viel Zeit und Bock hab das durchspielen es kam jede menge andere spiele dazwischen äh wo ich mehr bock drauf hatte gefühlte 1000 assassin's creed teile alte auch die ich dann nochmal neu gespielt hab äh seitenwand ist das egal welche seitenwand anscheinend ja müssten ne wobei eine müssen mit fenster ne ach die war komplett so was solche seitenwände finde ich geil die komplett aus glas sind sowas habe ich auch nicht ich hab ich hab selbst bei meinem gehäuse ist das nur billiges plexiglas und das ist eigentlich schon es gibt eigentlich nur ein gehäuse was größer und geiler ist und das ist von derselben marke naja ist egal so ach ich muss den aber noch äh mit mit stream versorgen ja ok ich bin wieder unfähig ach die ich da ja es sind nicht nur zwei schrauben es sind vier schrauben strom ad libt kann ich jetzt eigentlich auf dem pc auch gucken kein us ja das ist mir egal ach ja logisch hat der kein us pc led betriebssystem ach du heilige scheiße wie mache ich das denn jetzt da muss ich ja irgendwie tools und software für die installation von ich habe es noch nie hinbekommen ein betriebssystem von einem usb stick usb stick zu installieren dafür war ich bisher immer zu unfähig hat nie funktioniert gut und jetzt neustart äh ah ok ich musste nichts drücken weil ich kann jetzt nicht f2 drücken nachher passiert in obs was meine kamera nimmt nicht mehr auf aber da hätten sie ruhig mal die die lizenz von windows holen können alles klar so eine schnelle windows installation die will ich mal sehen das ist fast unmöglich so windows ist drauf aka omega und äh wir sind fertig geil unser dritter pc ich hoffe jetzt nur dass sich das nicht alles so hinzieht dass man hier erst 3 millionen pcs machen muss damit man den richtig geilen shit kriegt weißt du so ab in e-mails da ist was neues äh das können wir hier glaube ich dann alles aber verwerfen das ist durch kassieren 300 oh wir haben 330 euro bekommen um eine festplatte zu einzubauen und das betriebssystem zu installieren jo alles klar den job hätte ich gerne ohne scheiß verwerfen 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 überhitzter defekter pc von andy ne von audrey audrey hallo kenne mich mit computer nicht so gut aus aber meiner scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren in letzter zeit wird er mächtig heiß und läuft immer langsamer ich habe auch das gefühl ich höre den lüfter gar nicht mehr vielleicht weil er nicht mehr live vor lauter dreck äh mein pc steht auf dem boden im büro wo es ziemlich staubig ist vielleicht öfter mal staubsaugen ja ich hoffe er ist nicht total verstopft ich glaube schon falls sie den lüfter ersetzen müssen nehmen sie doch bitte den billigsten denn irgendwas ausgefallen ist kann ich mir ihnen leisten also wenn das realistische preise sind ich wechsle sofort meinen beruf ich wech ich wechsle so also 260 dollar für einen scheiß lüfter luftkühler luftkühler ja jetzt müsste man nur noch rechnen können 75 74 noch nicht ganz so alt wie meine oma ach und viren beseitigen ernsthaft ich brauche ihre hilfe ach nee warte mal das war der andere ich habe mir den brandneuen pc meiner mutter geliehen gebobs hat er sich den und glaube ich habe wohl was falsches angeklickt haha die berühmten pop ups hm weg klicken oh verdammt doch nicht haha jedenfalls ist das ding jetzt mit viren was soll jungs mädels kauft euch nen scheiß viren scanner die kosten nicht viel es gibt auch noch free rare die funktioniert auch ganz gut kann doch nicht so schwierig sein das muss schnellstens in ordnung gebraucht werden ach ne das sag ich jetzt nicht bevor sie vom besuch einer freundin zurückkommt harry oh man ey level aufstieg du hast folgendes freigestellt ein prozessor 6th generation intel core mit 2666 megahertz ram automatische anschlusswerkzeug das ist ein automatisches anschlusswerkzeug verfügbare komponenten sind gegenwärtig im shop verfügbar Corsair ml 120 das müssten festplatten sein da sind sie i7 6700k meiner ist nicht dabei vergiss es der ist zu alt dafür die steigen jetzt schon in der sechsten generation ein ich hab nur einen aus der vierten ich hab den 497k das den grennt immer noch das hat jetzt ich weiß nicht was ich vor der 89er hatte also die generation vor der gtx 980 die 980 die 1080 und jetzt die rtx 280 hat der cpu erlebt überlebt ohne dass die cpu jemals der flaschenhals war immer die grafikkarte bisher und jetzt bin ich an dem punkt wo es ausgewogen ist tatsächlich das heißt der nächste wechsel beinhaltet dann auch mal wieder eine cpu hat lang gehalten das ding ok hier gibt es verdammt viele neue sachen gut gemacht nur weiter so das nächste etappenziel wird freigeschaltet und level 3 cpu ryzen quad core hauptplatine mit chipsatz a320 den kenn ich nicht bei amd kenn ich mich mal überhaupt nicht aus schon immer intel ne ganz oh ganz früher hui 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 da muss ich aber in der zeitachse ganz weit zurücklaufen hm das war in der alten wohnung scheiße also nicht in äh elternhaus technisch alte wohnung boah ende der 90er mitte ende der 90er meine ich war das die daten waren amd das weiß ich noch das war so ein oder war das ein intel pension noch das war auf jeden fall so ein gehäuse sondern diese alten riesigen weißen gehäuse diese big tower die man so kennt von früher ne und jeder sagen würde wofür 90er da war so ein knopf und ein display dran mit ich glaube es waren 33 und 66 das war megahertz das war so ein boost knopf da konntest du dann wählen zwischen 33 und 66 megahertz prozessor geschwindigkeit und ich habe das immer dazu genutzt ich habe damals gp2 gespielt gp2 ist äh da war das damals das offizielle formel 1 spiel 94 oder 95er saison und äh wenn du dann quasi eine wiederholung angedrückt hast konntest du auf 33 megahertz schalten und dann hast du das alles in zeitlupe gesehen also quasi das replay in zeitlupe mit dem boost knopf am pc war voll geil das da kann ich mich erinnern das habe ich so oft gemacht ob das so gut war da immer hin zu her zu drücken weiß ich nicht das war mir damals egal da war ich keine ahnung sechs sieben jahre alt ah ich erinnere mich das war schöne zeit äh so ich bin vom thema abgeschwiffelt äh so schließen äh dingens kommt ich kann ja ich muss das war schon wieder der arbeitstag meine güte und ich würde sagen da beenden wir die heutige Folge computer club und dann sehen wir uns in der dritten folge wieder ich müsste langsam mal äh einen zeitplan dafür aufstellen ich weiß noch nicht genau wann was hört sich denn gut an wir haben samstag sonntag formel 1 dienstag donnerstag hört sich doch gut an ne soll man das machen dienstag donnerstag ich hoffe dass ich mich dran halten kann also heute ist dann irgendwie wochenende noch und dann kommt dienstag sagen wir mal so dienstag kommt die nächste Folge ich hoffe ich krieg's hin vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal beim viren entfernen ich freu mich ciao